So, willkommen zurück zu Python Discord. Heute mit nicht der normalen API, übrigens das hier ist die Doku von der API. Ich glaube, ich habe die euch noch gar nicht gezeigt. Findet ihr über Discord.py Read the Docs, aktuell zumindest. Und was wir jetzt heute machen, ist hier oben zu finden, das sieht ein bisschen seltsam aus, unter ext-commands. Hier finden wir einen Haufen, Haufen Zeug für die Extensions. Das sind quasi Command-Extensions, die noch zusätzlich was können. Also, wir haben bisher das hier gemacht. Wir wollen das heute ein kleines bisschen anders realisieren, okay? Und dazu habe ich jetzt tatsächlich einfach mal alles hier reinkopiert in unsere Command-Extensions-Python-Datei. Und was wir jetzt als erstes machen, ist was ungewöhnliches. Wir löschen die Klasse. Das hier unten lassen wir erstmal stehen. Allerdings MyClient gibt es ja nicht mehr. Wie machen wir jetzt also einen Client? Nun, den machen wir über die Command-Extensions. Und das bedeutet, wir importieren uns hier nicht nur Discord, sondern from Discord.ext, also Extensions, importieren wir uns Commands. Ups, klang geschrieben, Commands. So, und ja, jetzt machen wir noch was anderes. Wir importieren uns from Discord.extensions.commands.context, importieren wir uns den Context, damit es ein bisschen einfacher von der Hand geht. So, als allererstes brauchen wir wieder einen Client. Und wie kriegen wir den? Nun, den bekommen wir, indem wir hier tatsächlich hergehen und uns über Commands einen neuen bauen. Und zwar einen neuen was? Naja, einen neuen Bot bauen. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine völlig andere Herangehensweise. Wir lassen Discord sozusagen uns eine Klasse liefern, oder besser gesagt eine Instanz liefern, und füllen diese Instanz mit, ähm, naja, mit Hilfsmitteln sozusagen. Okay, also, was kommt dann da rein? Nun, zunächst einmal haben wir hier die Möglichkeit, dem Bot ein Präfix zu geben. Ähm, und das braucht er sogar. Das wäre das Command-Prefix. Ein Präfix ist immer das, mit dem ihr euren Bot anspricht. Das heißt zum Beispiel ein Dollar. Dann haben wir noch die Möglichkeit, help-Commands einzugeben. Ups, help-Bodenstrich-Command einzugeben. In unserem Fall machen wir keine Hilfe. Das kommt noch. Nun. So, und jetzt haben wir eigentlich einen fertigen Bot. Ich werde jetzt dieses kleinen Punkt Run wieder hier runterpacken, sodass ihr es nicht mehr seht. Und hab da jetzt wieder das Token reingesteckt. Und ja, jetzt kann ich hier tatsächlich was mit diesem Bot machen. Aber aktuell kann der Bot noch nichts. Das heißt, der ist einfach noch nicht fertig. Deswegen machen wir jetzt hier uns das, was wir beim anderen auch hatten. Hier bei den Embeds oder bei eigentlich fast allem. Wenn wir irgendwas schaffen wollen, haben wir am Anfang immer die On-Ready-Funktion. Das heißt, wenn wir fertig sind, machen wir irgendwas. In unserem Fall wäre das auch wieder dieses Print. Ich hab mich eingeloggt. Wie machen wir das? Naja, wir sagen jetzt jedes Mal, wir machen das über einen Decorator. Dazu findet ihr übrigens auch mehr in meiner Python-Playliste AddClient. Und hier können wir das Ganze sagen über Event. AddClient.Event. Das heißt, ein Client-Event wird geschaffen. Und zwar, was für ein Event? Naja, wenn das Ding eben ready ist. Das heißt, AsyncDevOnReady. Wir nehmen uns sozusagen diese Methode und füllen sie. Und hier kommt eben dieses PrintBeepBot rein. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, was wollen wir eigentlich mit dem Ding tun? Und dazu geben wir dem Bot Befehle mit. Und das ist jetzt ein kleines bisschen anders als bisher, weil wir diese Befehle einfach, naja, so als Befehle eben definieren können. Also wir müssen nicht irgendwie die Messages vergleichen, sondern wir sagen einfach, wenn dieser Befehl kommt, dann tu das und das. Das ist ein bisschen eine andere Denkweise. Das ist eher so diese befehlsorientierte Denkweise. Das bedeutet, wir sagen jetzt dem Bot, ey, wenn Befehl, in unserem Fall AddClient, wenn der Befehl kommt, Command, beziehungsweise lasst mich hier ganz kurz das hier mal so lassen, damit ihr seht, dass das Ding auch ein Decorator bleibt. Ja, dieses AddClientCommand ist immer noch ein Decorator. Dann wollen wir was machen. Na ja, der Befehl soll bitte Ping sein. Das heißt, AsyncDevPing. Und hier kriegen wir immer ein Parameter mit, nämlich den Kontext, ctx.context. Und dieser Kontext, den können wir jetzt benutzen, um irgendwas zu machen, nämlich zum Beispiel in einen Channel zurückzusenden irgendwas. Das heißt, await muss man immer machen. ctx, also Kontext.channel.send. Und hier können wir einfach zum Beispiel an den Autor das Ganze zurücksenden, also Pong, ja, wir wollen ja Ping, Pong, ne, ihr kennt das Ganze, an, ups, an, den. Und hier können wir jetzt tatsächlich den Autor angeben, auch über den Kontext, ctx.author. Punkt, Achtung, wir können ihn auch einfach mit einem Mention taggen, ja. So, jetzt müssen wir hier allerdings noch sagen, was wir hier genau machen wollen. Und zwar, unser Command hier ist nicht einfach nur ein Decorator, sondern ein Decorator mit Parametern. Und zwar mit vier Parametern. Und das erste, das wollte ich euch gerade schon zeigen, nicht NumPy, Name. Und zwar, na ja, was ist der Name von unserem Command? Das wäre das Ding hier. Also einfach wirklich den Namen hier reinkopieren, das ist das Allerbeste. Dann können wir hier, wenn wir wollen, einen Alias angeben. Ähm, Aliases, wir können sogar mehrere angeben, um genau zu sein. Und zwar als Liste. In unserem Fall wäre das, äh, ne, P ist vielleicht nicht gut. Sagen wir einfach mal P für Pingen. Und wir können sagen, wir geben eine Description an. Description ist gleich, ähm, sendet testweise Pong zurück. Beziehungsweise Pong mit Ausrufezeichen haben wir, glaube ich, geschrieben, ne? Ja, gut, okay, das ist richtig. Und dann haben wir noch das Letzte, wäre eine Help, die wir angeben können. Das ist auch immer recht nützlich. Und dann sagen wir hier, äh, Pingen. So, und was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Ähm, wir starten das ganze Ding mal. Oh, ich hab noch die Embeds laufen. Upsie, sorry. Ähm, wir starten jetzt die Command Extensions. Und wir bekommen ein, ich hab mich eingeloggt, Beepop. Das wäre dieses Async Dev, das wäre das Event on Ready. Ihr könnt immer noch jedes Event benutzen, das ich euch bislang vorgestellt hab. Diese Events, die kennen wir immer noch aus den Embeds zum Beispiel, ja. Hier haben wir das Event on Message. Unter dem Tutorial Bot haben wir noch sehr, sehr viel mehr gemacht. Wir haben on Member Update, on Member Remove, on Member Join, on Raw Reaction Add, on Reaction Add und so weiter und so fort. Also, das sind alles Events, ja. Das sind alles diese Events gewesen, die wir hier, äh, gefangen haben. Und die können wir immer noch weiter benutzen, also on Typing. Das geht immer noch alles. Und zwar über dieses Add Client Event. Während wir hier über Command einen echten Befehl sozusagen drauf geschleudert haben. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal hier kurz an. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal Ping eingeben, passiert, hm, gar nichts. Warum nicht? Naja, ganz einfach, weil euer Bot ein Prefix bekommen hat. Den hab ich schon mal erwähnt gehabt. Und ja, der wird tatsächlich meistens eigentlich mittlerweile übergeben. Und zwar Dollar. Das heißt, wir müssen immer schreiben Dollar. Damit sprechen wir unseren Bot an und sagen dann Dollar Ping. Und dann sagen wir hier Pong an Add Morpheus. Wunderbar. Das heißt, so hat das ganze Ding funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, über Befehle hier einzelne Funktionen einzubinden. Und das Ganze kann sehr, sehr komfortabel sein, weil ihr im Endeffekt nichts weiter braucht als diese Add Client Variable. Ja, das heißt, ihr könnt hier diesen Bot erstellen und dann könnt ihr dieses Add Client einfach überall hin mitgeben an verschiedenste Funktionen und verschiedenste was auch immer. Und dadurch könnte euer ganzes Skript ein bisschen über, ähm, ja, ein bisschen übersichtlicher werden als das, was wir hier gemacht haben bisher. Vor allem, wenn der Bot groß wird, kann das schon ziemlich, ziemlich nützlich werden. Okay, wir machen aber noch ein bisschen mehr zu Command Extensions. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.